Wer sagt das Mädchen? Mädchen sind genau so schlo wie Junge, Mädchen sind genau so brech und schnell, Mädchen haben so vieles wie Jungen, Mädchen haben auch ein Gegensfeld. Wer sagt das Mädchen? Schwäche sind! Wer sagt das Mädchen? Irgendwann zickig sind! Wer sagt das Mädchen? Auf dich sind! Der spinnt, der spinnt, der spinnt! Wer sagt die Mädchen? Schwäche sind! Uns päckchen und sind immer zimperlich, sind also blöd und hinterlich, der hat ein Stich, ein Stich, ein Stich. Mädchen sind genau so schlau wie Junge, Mädchen sind genau so brech und schnell, Mädchen haben so vieles wie Junge, Mädchen haben auch einiges Feld. Jusswig-Hin Juss ihr Untertitelung des ZDF für funk, 2017